Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Sonntag, dem 14. Juli 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein 60 Tage visumfreie Einreise ab 15. Juli Vermisst die Chinesen möglicherweise ermordet Strompreis soll steigen 6 falsche Ärzte verhaftet Stalker aus Zypern festgenommen Pataya, zwölf Touristen vom sinkenden Boot gerettet Polizei geht gegen ausländische Motorradraser vor 60 Tage visumfreie Einreise ab 15. Juli Die Aufhebung der Visumspflicht für Besucher, die bis zu 60 Tage im Land bleiben, wird ab dem 15. Juli von 57 Ländern auf 93 Länder und Gebiete ausgeweitet. Das kündigte Staatssekretärin im Innenministerium, Taiso Li, an. Zu diesen Ländern gehören auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Zahl der Länder und Gebiete, deren Staatsbürger bei der Ankunft ein sogenanntes Visa on Arrival erhalten können, wird von 19 auf 31 erhöht. Außerdem wird ein neues Visum mit der Bezeichnung Destination Thailand Visa für diejenigen eingeführt, die in Thailand Urlaub machen und gleichzeitig arbeiten wollen. Mit diesem Visum können qualifizierte Ausländer bis zu 180 Tage am Stück bleiben und arbeiten. Die neuen Vorschriften müssen noch vom Kabinett genehmigt und anschließend in der Royal Gazette veröffentlicht werden, bevor sie Gültigkeit erlangen, sagte Taiso Li. Vermisste Chinesen möglicherweise ermordet. Die Polizei hat gestern auf einem Grundstück in der Nähe einer Wohnsiedlung in der Provinz Chaochencao eine verwesene Leiche in einem Plastiksack gefunden. Es handelt sich vermutlich um die Leiche einer vermissten Chinesin. Sie wurde zuletzt am 1. Juli gegen 14 Uhr in Bangkok-Sukum-Wittviertel mit einem Chinesen gesehen, der sie abholte und in einem Mietwagen wegfuhr. Der Polizeisprecher sagte, der Mann habe am 3. Juli das Land verlassen und sei nach Hongkong geflogen. Zuvor hatte jemand Verwandte der vermissten Frau in China kontaktiert und behauptet, die Chinesin entführt zu haben. Er forderte ein Lösegeld von umgerechnet 5 Millionen Watt für ihre Freilassung. Strompreis soll steigen. Die Energieregulierungskommission wird den Strompreis für den Zeitraum von September bis Dezember möglicherweise von derzeit 4,18 Watt pro Kilowattstunde auf zwischen 4,65 und 6,01 Watt pro Kilowattstunde anheben. Poon Pat, Generalsekretär der Energieregulierungskommission sagte, es gebe drei von der Kommission vorgeschlagene Preisoptionen. 6,01 Watt pro Kilowattstunde, das wären 44% mehr, 4,92 Watt pro Kilowattstunde, ein Plus von 18% oder 4,65 Watt pro Kilowattstunde, das wäre eine Steigerung von 11%. Poon Pat sagte, dass der Bad gegenüber dem Dollar abgewertet wurde. Außerdem sei der Preis für Erdgas, das ein Hauptbrennstoff für die Stromerzeugung ist, gestiegen und der Preis werde tendenziell weiter steigen. Da der Winter auf der Nordhalbkugel Ende des Jahres Einzug halten werde, erhöhe sich die Nachfrage. Die Regierung wird wohl kaum zulassen, dass der Strompreis um knapp die Hälfte steigt, denn das könnte zu erheblicher Unzufriedenheit bei den Bürgern führen. Wie dies aussehen könnte, zeigte ein 50 Jahre alter Mann, der in Suratani zweimal auf die Tür des Büros der Elektrizitätsbehörde geschossen hat. Das Personal ging in Deckung, niemand wurde verletzt. Nach seiner Festnahme sagte der Mann, er sei verärgert, dass die Stromversorgung zu seinem Haus unterbrochen wurde, weil er die Stromrechnung nicht bezahlen konnte. 6 falsche Ärzte verhaftet An 5 Standorten in Patumtani und Nontaburi wurden von Hochstaplern medizinische und kosmetische Behandlung angeboten. Beamte führten Razzien in 5 Kliniken in den beiden Zentralprovinzen durch, nachdem es Beschwerden darüber gab, dass unqualifiziertes Personal medizinische Behandlungen durchführte, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler überprüften daraufhin die Vorwürfe. Eine Frau gab sich als Ärztin aus, hatte aber nur das Abitur und nie studiert. Eine andere Frau hatte nur die mittlere Reife, eine andere hatte immerhin die Berufsschule besucht. Weitere falsche Ärzte haben einen Abschluss in Krankenpflege und in Medizintechnik. Eine Person, die sie als Doktor ausgab, hatte Informatik studiert und eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin absolviert. Stalker aus Zypern festgenommen. Die Polizei verhaftete einen 36 Jahre alten Zyprioten, der seiner Ex-Freundin in der Provinz Nakhonpatom nachgestellt und in ihr Zimmer eingebrochen sein soll. Die Verhaftung erfolgte am Freitag in einem Bangkoker Hotel. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht, weil er seine Ex-Freundin verfolgt haben soll und in ihrem Zimmer angeblich nachts Einbrüche und Sachbeschädigungen begangen hatte. Der Mann habe seine Ex-Freundin belästigt, indem er sich wiederholt in ihre Wohnung schlich und ihr in der Lobby der Wohnanlage auflauerte. Bei seiner Verhaftung gestand er die Vorwürfe und gab sein Stalkingverhalten zu. Pataya – 12 Touristen von sinkendem Boot gerettet Eine dramatische Rettungsaktion ereignete sich in den Gewässern zwischen Kolan und der Küste von Pataya City, als Wasser in ein Holzboot lief und es zu sinken begann. Alle zwölf Passagiere konnten gerettet werden. Der Fahrer eines Schnellbootes leitete die Rettungsaktion. Als Meerwasser in das Heck des sinkenden Holzbootes eindrang, rief er allen Passagieren zu, Schwimmwesten anzulegen. Die Touristen stiegen schnell auf das wartende Schnellboot um, das sie zurück zum Ufer am Bali Hai Pier brachte. Alle Passagiere überlebten die Tortur ohne Verletzung. Ihre Freude war spürbar, als sie sich bei ihrer Ankunft in Sicherheit in die Arme fielen. Unfallursache soll eine nicht mehr funktionierende Wasserpumpe gewesen sein, die normalerweise ins Boot hineinlaufendes Wasser abpumpte. Polizei geht gegen ausländische Motorradraser vor. Als Reaktion auf Beschwerden von Anwohnern über ausländische Motorradraser hat die Polizei Sofortmaßnahmen ergriffen und Kontrollstellen eingerichtet. Vor allem ging es um eine Gruppe von Touristen aus dem Nahen Osten, die in der Soy Jensabai in Südpartaia Unannehmlichkeiten verursachten. Sie fuhren Motorradrennen, fuhren ohne Helm, hupten, hatten keine Zulassung und keinen Führerschein. Insgesamt fiel die sogenannte Partyszene wegen Lärmbelästigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses auf. Am Samstagnachmittag errichtete die Polizei mehrere Kontrollstellen in dem Viertel und kontrollierte sowohl Fahrzeuge als auch Personen. Ausländer, insbesondere Touristen aus dem Nahen Osten, standen im Mittelpunkt der Kontrollen. Kleine Verstöße führten zu Verwarnungen. Die Polizei wies darauf hin, dass es streng verboten ist, mit Fahrzeugen Störungen zu verursachen. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand von heute Sonntag, dem 14. Juli 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne diesen Kanal. Liked das Video, teilt das Video auch mit Menschen, die etwas über Thailand erfahren wollen. Habt ihr Anregungen, Hinweise und Fragen zu all den Dingen, die wir hier besprechen, schreibt sie uns gern unterhalb dieses Videos in die Kommentare. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal. Diese Ổn. Fair enough. Gästen aus Soweit. Katsache. 50. 30. 42.